Novena zur Mutter vom Guten Rat, sechster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Dein Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Durch deine unbefleckte Empfängnis bitte für uns Mutter vom guten Rat. Mutter vom guten Rat, bitte für uns. Du bist rein und makellos geblieben. Lass auch uns den Preis und die Schönheit einer reinen Seele entdecken. Hilf uns die Sünde meiden und alles, was unsere Seele entwürdigst. Wache besonders über die Jugend und sei du ihre Fürsprecherin beim Herrn. Auf, dass alle jungen Menschen den Wert des Lebens erkennen und sicher wandern auf dem Weg der Lauterkeit. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit her auserwählt, zur Mutter des menschgewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich dein unwürdiger Diener. Mögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein in diesem Tal der Tränen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebe. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Anrufungen zu meiner Mutter vom Guten Rat. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Heiliger, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 5,9 Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So, wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5 Erwält dich Als Jesus mein Schubbot Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen redest. Damit das Wunder beginnen kann, wie es in Kana. Amen Herr, erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser Herr, erbarme dich unser Christus, höre uns Gott, Vater vom Himmel Erbarme dich unser Gott, Sohn, Erlöser der Welt Erbarme dich unser Gott, Heiliger Geist Erbarme dich unser Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott Erbarme dich unser Heilige Maria Bitte für uns Heilige Mutter Gottes Bitte für uns Mutter der göttlichen Gnade Bitte für uns Mutter des wunderbaren Ratgebers Bitte für uns Mutter des guten Rates Bitte für uns Du kluge Jungfrau Bitte für uns Die Jungfrau mächtig zu helfen Bitte für uns Du Frau von den Völkern gepriesen Bitte für uns Mutter vom guten Rat Bitte für uns Du Ratgeberin der Apostel Bitte für uns Du Ratgeberin der Märtyrer Bitte für uns Du Ratgeberin der Bekenner Bitte für uns Du Ratgeberin der Jungfrauen Bitte für uns Du Ratgeberin aller Heiligen Bitte für uns Du Ratgeberin der Bedrängten Bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Kranken. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Armen. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Witwen und Weisen. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Betrübten. du Ratgeberin der Kranken, du Ratgeberin der Witwen, du Ratgeberin der Familien, du Ratgeberin der Jugendlichen, du Ratgeberin aller Regierenden, du Ratgeberin aller Notleidenden, du Ratgeberin in allen Gefahren, du Ratgeberin in allen Versuchungen, du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, du Ratgeberin der Sterbenden, in Einsamkeit und Verlassenheit, hilf uns mit deinem Rat, in Zurückweisung und Ablehnung, in Freundschaft und Ehe, hilf uns mit deinem Rat, in Krisen der Familie, hilf uns mit deinem Rat, zur Umkehr und Versöhnung, hilf uns mit deinem Rat, im Zusammenleben von Jung und Alt, hilf uns mit deinem Rat, im Dienst an mit dem Mitmenschen, hilf uns mit deinem Rat, auf dem letzten Platz, hilf uns mit deinem Rat, vor großen Lebensentscheidungen, hilf uns mit deinem Rat, zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts, hilf uns mit deinem Rat, in Kriegen und Naturkatastrophen, hilf uns mit deinem Rat, in der Stunde unseres Todes, hilf uns mit deinem Rat, Heilige Maria, du Mutter des guten Rates, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, Herr verschone uns, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr erbarme dich unser. Bitte für uns, du Mutter des wunderbaren Ratgebers, Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss, der Liebe Gottes, Amen. Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des guten Rates, Schenke uns Rettung und Heil, durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, damit er lebt und herrscht in Ewigkeit, Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kindelieb. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. 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 Vielen Dank.